Im Jahre 1980 hatten wir einen stolzen Prinzen in den Farben von Blau und Weiß. Herzlich Willkommen, Franz Becker! Und acht Jahre später, acht Jahre später war es soweit, er hat es gesehen, wie singe Vater es jemalte. Auch im Jahre 1988 war der Prinz in Hürn, in den Farben von Blau und Weiß. Unser Präsidentenkollege Günther Becker! Seit einiger Zeit gibt es auch bei uns im Stadtteil Althürt drei Geschirne. Im Jahre 2006 war es dann soweit. Unser Bauer in diesem Jahr, Peter Heidmann. Ich darf mit euch zusammen ausrufen auf diese drei stolzen Solidätten. Ihr habt eure Sache richtig gut gemacht damals. Für den Junter kann ich mich noch erinnere, äh, für dir. Da brauch ich noch ein bisschen klingeln. Ich darf mit euch zusammen ausrufen, auf unsere Ex-Solitäten, auf unsere Ex-Solitäten, mit euch zusammen. Dreimal Althürt! Ex-Solitäten! Besser schon! Und aufmarsch bitte! Bis zum nächsten Mal! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.